Die C-Jugend-Buchsehude im Fußballverein. Einige dieser Produkte machen mich einfach unglaublich wütend und vor diesen möchte ich euch einfach bewahren. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr ist vorbei, ich hoffe ihr hattet wunderschöne Feiertage oder freie Tage. Wir machen direkt weiter mit Aufgebraucht. Ich habe vieles nicht nur aufgebraucht, sondern vor allem auch einfach aussortiert, weil ich es meinem Körper nicht antun kann, diese Produkte zu benutzen. Und ich will euch vor einigen dieser Produkte warnen. Einige Produkte, das ist aber auch eine große Empfehlung von mir. Und ich finde diese Aufgebraucht-Videos sind einfach immer die besten Möglichkeiten, um über Produkte zu sprechen, die gut sind oder aber auch nicht so gut sind. Deswegen würde ich gar keine Zeit verlieren wollen und wir starten direkt mit diesem Video. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich muss es leider dazu sagen, es war viele, viele Jahre so, dass YouTube meine stärkste Plattform war. Das ist sie nicht mehr. Ich habe in den letzten Wochen sehr, 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 sehr viele Mäuse bei Instagram und auch TikTok dazubekommen. Und falls ihr von den anderen Plattformen hierher gewechselt seid, heiße ich euch ganz herzlich hier willkommen. Hier ist das Ganze ein bisschen entspannter, deutlich, deutlich länger als nur 30 Sekunden. Und wir starten. Nummer 1, welches ich hier habe, ist von Airwik. Das Blütenzauber-Raumspray. Hält bis zu 70 Tage, je nachdem, wie doll du diese Maschine eingestellt hast. Der Duft war ganz gut. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich jetzt echt langsam gegen solche Produkte entschieden. Ich finde, vielleicht bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube, dass das nicht so gesund ist, wenn alle 5 Minuten durch die Luft gepustet werden und du konstant so diesen verschiedenen Düften ausgesetzt bist. Ich liebe Düfte. Ich liebe Parfums. Und ich liebe es, gut zu riechen. Ich liebe es, wenn meine Umgebung gut riecht. Aber diese Raumsprays, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da einfach nur ein kleines Problem im Kopf. Ich werde sie nicht mehr kaufen. Die riechen toll. Die machen schon echt einen Unterschied im Raum. Ich weiß auch nicht, ob es einen Vorteil hat. Vielleicht habt ihr da einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Da würde ich euch bitten, mir das in die Kommentare zu schreiben. So eine Duftkerze. Also ich habe keine Kerzen im Haus. Also ich habe Kerzen im Haus, aber ich mache die nicht an. Ich habe einfach Angst vor Feuer am Haus. Das finde ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil da kannst du es dann einfach ausmachen und dann ist es wieder weg. Dann machst du das Fenster auf. Aber die sprühen ja konsequent die ganze Zeit etwas in den Raum. Und dann sind hier auch noch Aerosole mit dabei und ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Es riecht gut. Wenn ihr sowas mögt, ist das eine tolle Sache. Blütenzauber mit so ein bisschen Vanille und Honig. Mag ich sehr, sehr gerne. Das hat Danny aufgebraucht. Da habe ich hinten die Umverpackung abgemacht. Das ist von da auf die reichhaltige Pflege. Das ist die einzige Dusche, die er benutzt. Er ist damit zufrieden. Kaufen wir immer wieder nach. Habe ich euch auch echt schon einige Male gezeigt. Ich persönlich mag die nicht so gerne. Mir schäumt sie nicht genug. Und ich habe danach nicht so das Saubergefühl. Was ich ganz gerne mache ist, ich nehme eine andere Dusche, die mich wirklich so ein bisschen sauber macht. Und dann gehe ich mit diesem Produkt vielleicht nochmal an die Arme oder an die Beine, hier an den Schultern, wo ich mich vielleicht mal rasiere und es so ein bisschen trockener ist. Da nehme ich das dann ganz gerne, weil da schon echt gut Feuchtigkeit spendet, vom Gefühl her zumindest. Aber als Saubermachdusche würde ich das persönlich nicht benutzen. Ein Produkt, was sehr, sehr neu ist und mir ganz gut gefallen hat, ist von Ordinary. Das ist das Soothing and Barrier Support System. Das ist diese pinke Textur. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich habe die jetzt konsequent benutzt. Und ich habe das Gefühl, dass meine Haut nach der Reinigung nicht mehr so gereizt ist. Ich bin halt kein optimaler Vergleich. Ich schminke mich mehrfach am Tag ab. Ich benutze viele, viele verschiedene Produkte aufgrund meines Jobs. Und habe manchmal das Gefühl, dass meine Haut einfach so ein bisschen gereizt ist durch diese ständigen Wechsel von Produkten. Durch verschiedene Make-Ups. Und hier noch ein Produkt. Und da noch ein Produkt. Und hier noch mal eine Creme. Und nochmal abschminken. Und komm, geht noch eine Runde. Ein Video kannst du noch machen. Dass meine Haut da schon sehr darunter leidet. Und wenn ich diese beruhigenden Produkte benutze. Nicht nur das, sondern beispielsweise auch diese Creme von No Cosmetics hier. Ich glaube, da ist derselbe Inhaltsstoff drin. Dieses Indirubin heißt das, glaube ich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch schon die zweite wieder offen. Habe ich mir nachbestellt. Hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich euch empfehlen. Hier haben wir eine Maske von Jepoda. Das ist meine liebste Maske von Jepoda. Die The Recovery Moment Maske. Mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula Komplex. Mache ich, wenn ich ein sehr, sehr... Also einmal alle zwei Wochen mache ich mein Skin Shedding. So wie so eine Schlange. Da ist dann wirklich... Da gebe ich dann Gas. Da wird dann gepielt. Da wird dann eine Maske gemacht. Da wird dann Dermaplaning gemacht. Am nächsten Tag ist die Haut auch echt mitgenommen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Maske danach echt gut beruhigt. Ich bin... Ich werde ja immer sehr schnell rot. Ich muss nur einmal hier kurz kratzen. Und in ein paar Sekunden habe ich hier einen roten Fleck. Das ist in meinem gesamten Gesicht so. Ich muss es nur berühren. Roter Fleck. Wenn ich diese beruhigenden Produkte nehme, habe ich nicht nur das Gefühl, dass sie sehr, sehr viel Feuchtigkeit spendet. Sondern, dass sie auch einfach diese... Da ist es schon. Dass diese Rötung einfach weggeht. Dafür mag ich die super, super gerne. Was ich jetzt aussortiert habe, das habe ich euch neulich schon mal gezeigt, ist das Sweet Biome von Drunk Elephant. Mit fermentierter Sarke und Sodium-PCA. Ich mag den Geruch davon nicht und ich habe mittlerweile viele, viele weitere Produkte, die mir besser gefallen für das Mikrobiom der Haut. Unter anderem... Ich weiß nicht, ob es hier schon drin ist. Doch. Hier. Na klar. Von No Cosmetics. Erinnert ist schon sehr, sehr ähnlich. Das ist halt nur als Spray und das ist entflüssig. Und als Serum so ein bisschen. Liquid Balancer. Habe ich mir wieder nachgekauft. Mittlerweile, glaube ich, die dritte Flasche benutze ich jeden Tag. Ich achte im Moment wirklich vermehrt. Das finde ich ganz spannend. Ich habe es ja jetzt schon oft angesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass die Industrie ins nächste Jahr eher auf das Mikrobiom der Haut geht. Viele Produkte gehen auf das Mikrobiom der Haut. Was das so ein bisschen bestätigt. Ordinary für dieses Barrier Support Serum. Drunk Elephant mit diesem Spray schon vor einer Weile. Jetzt auch No Cosmetics. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Beruhigt sehr, sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und Freunde, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Es gibt nicht zu viel Feuchtigkeit in der Haut. Lea von Kiehl's. Die Ultra Facial Cream. Mag ich sehr, sehr gerne. Gerade wenn meine Haut so ein bisschen überfordert ist mit vielen Produkten. Das geht im Zuge einher mit den verschiedenen Skincare Routine Steps, die ich mache, wenn ich viel über meine Haut viel durchmachen muss. Ich war jetzt, ihr hört es noch so ein bisschen, ich war super krank. Ich war aber, also mir ging es nicht gut und ich habe sofort Pickelchen bekommen. Und meine Haut, wenn du krank bist, ihr kennt es, ihr seht aus, als fährt ihr vier Wochen in der Sahara ohne Sonnenschutz gewesen. Die ist mitgenommen, die ist ausgedörrt, aber sie verträgt auch nicht zu. Du gibst Make-up drauf und das sieht einfach alles aus. Die ist so eine Creme, da weiß ich, was ich habe. Die ist sehr, sehr reduziert von der Formulierung her. Spendet ultra viel Feuchtigkeit, hat einen guten Glycerin-Anteil, ist super, super mild zur Haut. Ich hatte, müssen wir darüber reden, meine Nase war ja auch so gerötet durch das viele Naseputzen. Und sobald du da irgendwas hingehst, es brennt. Die Creme, kein Problem. Rauf, Feuchtigkeit gespendet, diese trockenen Stellen auf der Haut weg. Und jetzt sieht die Haut wieder so sehr gut aus. Da hat mir die gut gefallen, habe ich immer als Backup da. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Etwas, was ich nicht wieder kaufe, ist das hier. Das ist von Asam, das Shikimic Acid Liquid Exfoliant. Ich habe es dann am Ende jetzt auch weg gemacht. Das ist eine Glasflasche, tolles Packaging. Mir war das zu stark ein bisschen. Ich benutze ja gerne Liquid Peelings. Genauso wie das hier, habe ich auch aussortiert jetzt. Die waren mir zu stark und nicht so, weiß ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Die haben mir einfach nicht gefallen. Kennt ihr das? Wenn man etwas wirklich lange benutzt. Das war mir hier viel zu aggressiv auf der Haut. Das hat wirklich gebrannt bei mir. Und dieses Overnight Treatment. Ich bin nicht so ein Fan von Overnight Treatments, weil ich da nicht reagieren kann. Manchmal gibt es Situationen, da verträgst du ein Produkt und dann auf einmal aus dem Nichts verträgst du es halt nicht. Weil du vielleicht eine andere Creme benutzt hast. Weil du vielleicht etwas Falsches gegessen hast oder heute fünf Minuten zu lange draußen warst. Und wenn ich nachts etwas drauf habe mit Säuren, dann kann ich nicht reagieren, da kann ich nicht ruhig schlafen. Wenn ich weiß, etwas passiert in meiner Haut, außer bei Retinol, weil es ja wirklich nach und nach abgegeben wird, ist das nicht so. Mein Cup of Tea würde ich auch wieder nicht benutzen. Ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufe und egal ob in klein oder groß, ich kaufe es immer wieder nach, weil es für mich mein liebster, liebster Toner ist, ist von Fenty, das Fat Water. Nicht das Fat Hydrating Water Treatment, sondern das ganz klassische Erste. Das Spendet Feuchtigkeit, wenn du dich abgeschminkt hast, das als erstes. Ich mache immer das als erstes, wenn die Haut abgetrocknet ist. Dauert keine 30 Sekunden, dann ist es eingezogen, aber die Haut ist sofort mit Feuchtigkeit versorgt. Und prinzipiell würde das schon vom Feeling reichen, schwöre ich, seitdem es rausgekommen ist, vor drei, vier Jahren, wirklich drauf. Eine Maske, die mir auch gut gefallen hat, die ich jetzt aber aussortiert habe, weil sie einfach schon sehr, sehr alt ist, ist von Bondi Sands, die Bondi Babe Purifying Clay Mask. Manchmal gibt es so Tage, wenn die Haut sehr, sehr ölig war, gerade im Sommer, durch viel Lichtschutzfaktor, durch viel Temperatur, benutze ich auch ganz gerne mal diese Pore Clearing Masken, die so ein bisschen mattierend sind, die das Öl so ein bisschen rausziehen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bondi Sands hat eine gute Hautschlägerei rausgebracht, sehr erschwinglich, mit guten Produkten in Australien gemacht. Die Maske hat mir gut gefallen. Ich habe sie jetzt, also wir wohnen jetzt hier seit ein, dreiviertel Jahren und ich habe die in der alten Wohnung, als ich eingezogen bin, benutzt. Also die ist jetzt schon dreieinhalb Jahre mindestens alt, deswegen darf die jetzt auch weg. Mag ich aber gerne. Ein Produkt, was ich leider aussortiert habe, ist das hier. Das war von No Cosmetics, das Body Rebalance Body Spray. Okay, das ist ja auch echt dann irgendwann in die, in den Ausverkauf gegangen und ich weiß auch warum. Es hat irgendwie nicht so eingezogen. Es war mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu klebrig und nach dem Duschen, wenn ich das dann benutzt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt wieder duschen gehen. Und der Sprüher war auch irgendwie nicht so gut, deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig. Ich habe es fast leer gemacht. Ich habe mich echt bemüht, das zu benutzen. War jetzt aber nicht so meins. Würde ich auch nicht nochmal kaufen. Es war, glaube ich, echt eins der ersten Produkte von No Cosmetics, was mir nicht so gut gefallen hat. Etwas, was mir sehr gut gefallen hat, ist nicht ganz zu gewesen. Das hier, das habe ich mal, aber es war bei Actions so ein Raumduft gewesen. Habe ich dann jetzt irgendwann, es ist ja auch schon echt alt, ich fand die Verpackung ganz toll. Weil was ich gemacht habe, ist super, super extra. Ich weiß, aber ich habe ja sehr viele Düfte von Larisée. Ich habe das, was hier drin war, weggekippt, habe einfach Wasser genommen und habe ein bisschen von dem Larisée Parfum mit reingesprüht und hatte dann Raumduft nach meinen Vorstellungen. Der Sprüher war ganz toll. Ja, es riecht noch nach Best Cherry. Das mochte ich sehr gerne. Und es sah halt einfach toll aus. Und ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, das düftet die nicht in Gas. Das ist macke. Ich habe keine Ahnung davon. Apropos Gas. Ein Deo. Freunde, ihr süßen Mäuse, wenn eure Männer mittlerweile riechen wie sexy Holzfäller, das Invincible Man, das riecht wieder so ein bisschen nach pubertierender Umkleidekabine, aber ein bisschen erwachsener. Das ist so die C-Jugend-Buchsehude im Fußballverein. Aber das schützt halt wirklich gut. Ich habe diese Kombination. Habe ich das andere hier? Ne, leider nicht. Das Barbershop. Also erst das, das schützt. Und das Barbershop, das riecht gut. Und wenn diese beiden Düfte zusammenkommen, hulalalala. Ich weiß, dass viele von euch es mittlerweile auch lieben und dass viele von euch es auch gekauft haben, einfach damit es bei euch so riechen kann, wie als wäre euer Mann gerade frisch vom Holzfällen zurückgekommen. Ein Produkt, großartige Empfehlung. Ich freue mich auf den nächsten Sommer. War von Ultraviolet. Das Preen Screen. SPF Re-Application Mist. Das ist ein Sonnenschutz in flüssiger Form zum Rübersprühen. Ein bisschen ist noch drin. Sehr feiner Sprühnebel. Du musst ein bisschen aufpassen, dass es nicht in die Augen kommt. Dann brennt es. Das macht das Make-up auch recht ölig. Aber ist egal. Im Sommer tragen wir eh nicht so viel Make-up. Großartiges Produkt. Ultraviolet. Eine Marke dieses Jahr, die ich dieses Jahr auch entdeckt habe. Erst genauso wie dieser Daydream Screen. Großartig. Tolle Sonnenschütze, die sehr, sehr gut mit Make-up funktionieren. Mochte ich sehr gerne. Kaufe ich mir auch definitiv im neuen Jahr wieder. Weil es ist halt so zwischendrin, ne? Wenn du so einen langen Tag hattest und dann draußen bist und dann aber jetzt nicht dich abschminken kannst und dann nochmal einen flüssigen Lichtschutzfaktor auftragen kannst, sind solche Sprays immer sehr, sehr gut. Eine Maske, die mir nicht so gut gefallen hat, war die Fußwohlsockenmaske Avocado und Papaya. Das weiß ich nicht. Also der Effekt war gut. Die Füße haben sich wirklich weich angefühlt. Aber ich... Du bist halt so ein bisschen hilflos, wenn du diese Masken auf den Füßen hast. Du darfst dich nicht bewegen. Du brauchst entweder jemanden, der dich von A nach B trägt oder du musst einfach deinem Schicksal ins Auge schauen und sagen, wenn du diese Dinge anhast, kannst du dich entweder nicht bewegen oder du brichst den Schienbein. Du rutschst auf die Nase aus. Ich finde auch, dass... Ich finde den Hinweis können zwei- bis dreimal verwendet werden, ein bisschen schwierig. Ich gehe da nicht noch ein zweites oder drittes Mal rein. Und du hast echt... Du musst es einmassieren. Teilweise ist da so viel Produkt drin, dass du am Ende die Füße irgendwie auch wieder abtrocknen musst, weil es zieht irgendwann einfach nicht mehr ein. Wenn du da eine halbe Stunde drin warst, dann kann die Haut irgendwann am Ende nichts mehr aufnehmen. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe aber auch aufgegeben mit meinen Füßen, wenn ich ehrlich bin. Tolles Produkt. Charlotte Tilbury Magic Crystal Serum. Ist jetzt dann irgendwann gekippt. Habe ich hier aber schon wieder in neu. Tolles Produkt. Ich mag den Duft sehr gerne. Macht das Make-up wirklich, wirklich lange haltbar. Und polstert es einfach auf. Es gibt so diesen luxuriösen Beyoncé Glow. Kennt ihr schon. Liebe ich den Yipoda Double Bubble. Der stand jetzt lange in der Dusche. Ist jetzt auch raus. Ich habe halt überall verteilt immer so ein bisschen was. Es ist schwierig für mich, Produkte wirklich aufzubrauchen, weil ich halt überall verteilt immer was habe. Und manchmal schminke ich mich oben ab. Manchmal schminke ich mich hier ab. Manchmal schminke ich mich im Lager ab. Also es ist immer so ein bisschen verteilt. Mag ich sehr gerne den Double Bubble. Das habe ich euch neulich schon gezeigt. Ein großer Flop ist von Fenty meiner Meinung nach. Diese Cherry Dub. Ich wohnen ein bisschen. Diese Peelings mag ich nicht. Ich mag keine mechanischen Peelings. Viele haben mir da nicht zugestimmt. Für mich sind die leider nichts. Mir tut das weh. Ich mag keine mechanischen Peelings. Ganz, 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 ganz toll hat mir dieses Produkt gefallen. Der Dr. Emi Apa 10 Out of 10 Gentle Gel Cleanser. Hat sehr, sehr gut das Gesicht gereinigt. Auch hier wieder fermentiert für das Hautmikrobiom. Zur Förderung. Entzündungshemd beruhigend. Hautbarriere fördern. Mochte ich sehr gerne. Packaging großartig. Ich habe es zur Hälfte aufgebaut. Mir ist es jetzt hier leider unten geplatzt. Mir ist es einmal runtergefallen. Und dann war alles weg. Deswegen konnte ich es leider nicht bis zum Ende aufbauen. Aber mochte ich sehr, sehr gerne den Cleanser. Zweimal den The Kahn Balm von Jeepoda. Einer meiner liebsten, wenn nicht sogar mein liebster Reinigungsbalsam. Zum Oil, zum Double Cleansen. Funktioniert gut. Tolle Verpackungen. Großartige Formulierungen. Nimmt alles restlos runter. Selbst diese Natasha Denona Lip Liner kriegt dieses Ding weg. Selbst Maybelline Superstay Vinyl Inks und Lip Inks kriegt dieses Ding weg. Zwei Stück in den letzten, weiß ich nicht, drei Monaten aufgebraucht. Ich sortiere hier schon so ein bisschen, weil es ist halt mittlerweile echt vieles Glas. Und Glas kommt nicht in den Plastikmilie im Häuser. Recyclinglern mit Maxim. Nehmt wirklich hier diese Plastikdinge ab. Weil ihr tut allen damit einen Gefallen. Nicht nur den Jungs und Mädels im Recyclinghof, sondern auch den Jungs und Mädels, die das Glas wieder recyceln. Eine Empfehlung habe ich hier. Das Lash Bond Lash Olaplex Lash Serum. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Wimpern Serien gemacht, aber das war wirklich gut. Das hat ewig gehalten. Ich habe es jetzt sicherheitshalber aussortiert. Da ist auch noch was drin. Ich habe es schon in neu und benutze es auch jeden Tag. Ich sehe, dass meine Wimpern deutlich, deutlich länger geworden sind. Ich mag das Feeling auf den Augen. Es brennt nicht in den Augen. Die Wimpern, das wird nicht so, es gibt ja so Wimpern Serien, die so ganz, ganz lange, schon fast künstliche Wimpern machen. Ich finde, das hat die Wimpern einfach stärker gemacht. Also deutlich, deutlich dicker. Länger sind sie natürlich auch geworden, aber nicht so fizzelig. Nicht so fliegen, so Spinnenhaare auf den Augen, sondern schöne, dicke Wimpern. Man muss es natürlich regelmäßig nehmen. Ich benutze es im Moment nicht, weil ich einfach durch die Erkältung jetzt nichts, was direkt in Hautkontakt kommt, benutzen wollte. Aber das ist großartig. Hier, den hatte ich euch neulich schon gezeigt. Das ist das Fat Water. Den mochte ich nicht von Fenty Beauty. Das ist nicht der hier, sondern das ist dieser milchige. Davon habe ich Pickelchen bekommen. Hier ist aber noch ein zweiter von dem Fat Water Mini mit dabei. Ich liebe dieses Produkt. Eine großartige Empfehlung, wenn ihr so ein bisschen plattes Haar habt oder so ein sehr dünnes Haar von Way. Das Volume Spray. Es riecht nicht nur fabelhaft auf den Haaren, sondern es gibt dir diesen Grip. Es gibt dir diesen Grip, vor allen Dingen, wenn du eine Föhnfrisur machst, also wenn du ein Dyson oder einfach, ne, du hast feuchte Haare und dann fönst du die in so Wellen oder so, gibt das richtig, richtig Grip. Ich habe eine Alternative gefunden, die ist aber nicht vergleichbar damit. Von Christine S., dieses schwarze Spray. Love it. Funktioniert aber nur bei trockenen Haaren. Das kannst du in die nassen Haare machen. Sehr, 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 sehr gut. Ich kaufe es jetzt erstmal nicht mehr nach, weil es ist auch schon echt teuer. Aber es war sehr, sehr gut und ich habe jetzt das von Christine S., mit dem ich ähnliche Ergebnisse erziele. Und ich benutze ja den Dyson, ne, diesen Airwrap. Ich habe das Gefühl, wenn ich viele Produkte erst auf die nassen Haare mache und dann mit so viel Hitze rangehe, dass das nicht so gut für die Haare ist. Ich nehme einen Hitzeschutz, mehr nicht. Und alles kommt dann auf die abgekühlten Haare rauf. In meinem Kopf, ich bin kein Friseur, wenn ich so viele Produkte auf die nassen Haare mache und das dann mit Hitze bearbeite, habe ich das Gefühl, das ist so wie Frittieren. Und das mag ich nicht so gerne. Ich muss aufpassen mit meinen Haaren, das ist ein seltenes, kostbares Gut. Da kann ich keine Experimente machen, Freunde. Wir haben hier eine Hand- und Nagelcreme von Camille. Okay, das ist die, ich glaube, meistverkaufteste Handcreme der Welt, sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß, das habe ich mal in einem Bericht gesehen. Viele Koreanerinnen und Koreaner nach Deutschland kommen und paketeweise von diesen Cremes kaufen. Ich mag die sehr, sehr gerne, sind immer recht günstig, ziehen gut ein, hinterlassen, aber nicht so ein fettiges Gefühl. Und die würde ich auch immer wieder nachkaufen. Mochte ich sehr, sehr gerne. Überall fliegt so eine Creme bei mir rum, aber generell, ich bin halt so ein Handcreme-Junkie. Und das habe ich euch schon mal gesagt, überall brauche ich eine Handcreme, überall. Meine Hände dürfen nicht ansatzweise das Gefühl haben, dass sie trocken sind. Deswegen, manchmal habe ich hier auch diesen Mixer-Bottich, den habe ich nur dafür da, um so zu machen. Ich liebe dieses cremige Gefühl. Ich würde gerne ein Creme-Bad mal nehmen. Irgendwann so eine ganze Badewanne, voll mit Body-Lotion. Was haben wir hier noch? Das Fixing Spray von Art Deco, das 3-in-1 Make-up Fixing Spray. Tolles Produkt, habe ich mehrfach schon nachgekauft, habe ich mehrfach auch schon aufgebraucht. Mag ich gerne. Vor allen Dingen, wenn ihr Lidschatten habt. Manche Lidschatten funktionieren sehr, sehr gut mit einem Spray, wenn sie nass sind. Ich finde, das ist am aller, allerbesten für Lidschatten auch. Der wird dann ganz cremig, der wird so ein bisschen fixiert, bildet auch so einen kleinen Film auf der Haut, der einfach das Make-up super gut festhält. Würde ich immer wieder nachkaufen. Zu guter Letzt hier von No Cosmetics, das Hyper Calm 2-Phasen-Serum, Two-Face-Serum mit Azelaidensäure und Ceramiden. Fand ich auch ganz spannend. Sah sehr, sehr hübsch aus. Du musstest das immer schütteln. Ich mochte, das Problem, was ich hier mit hatte, ist, aber das habe ich mit vielen Produkten, ich benutze halt gerne viele Produkte. Ich habe eine sehr, sehr gerne eine exzessive Skincare-Routine. Und das ist nicht unbedingt das Produkt, was ich als allerletztes benutzen würde, aber das ist vom Feeling her so ölig, dass ich das Gefühl habe, danach kann ich nichts mehr benutzen, außer ein Öl. Weil das halt dann alles verschließt und dann kannst du halt nicht noch ein Feuchtigkeitsspend-Serum benutzen. Mochte ich aber gerne, gerade wenn ich so eine Rötung hatte, so um die Nase, hat mir das gut gefallen. Kannte man auch zwischendurch machen. Es funktioniert nicht unter Make-up, sondern immer nur abends. Aber das würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich glaube, ich habe es sogar schon hier. Ich bin gespannt, Freunde, was ihr dieses Jahr aufgebraucht habt, bzw. die letzten Wochen aufgebraucht habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Nachricht. Ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.